Hey Leute, vor etwas mehr als einer Woche wurde Oppos neueste Find X-Reihe vorgestellt. Ich hatte die Möglichkeit, dank Oppo höchstpersönlich eines ihrer neuesten Smartphones, genauer gesagt das Find X5 schon vor Marktstart zu testen und heute erfahrt ihr, wie es sich schlägt und vor allem, wie viel Smartphone man für einen Preis von 999 Euro geboten bekommt. Kleiner Spoiler, ich wurde in vielen Punkten sehr überrascht. Ich denke schon auf den allerersten Blick wird klar, dass man mit dem Oppo Find X5 ein unfassbar hochwertiges Smartphone bekommt. Die matte Glasrückseite mit ihren abgerundeten Kanten, welche fast nahtlos zum glänzenden Aluminiumrahmen übergehen, schmiegt sich elegant sowie sehr weich in die Hand und die Farbe Keramik Weiß könnte nicht besser zu einem Smartphone wie diesem passen. Es gibt auch eine schwarze Version, die eine Art Sandsteinoptik besitzt, ich persönlich bevorzuge aber trotzdem die weiße Version. Das Kamerasystem, über welches wir später noch genauer sprechen, erhebt sich durch einen kleinen Hügel leicht aus dem Gehäuse, ist allerdings nicht eins mit der gesamten Rückseite. Das ist nach wie vor nur dem Pro-Modell vorbehalten. Nichtsdestotrotz finde ich aber gerade die ungewöhnliche Form des Kamerasystems echt schick und dass die einzelnen Linsen im Gehäuse versenkt sind, ist mittlerweile auch nicht mehr selbstverständlich. Ebenfalls nicht selbstverständlich ist die hohe Klangqualität, für die die verbauten Stereoleutsprecher sorgen und durch klaren, vollen Klang auch auf hohen Lautstärken überzeugen. Etwas schade ist da hingegen aber der Wasser- und Staubschutz, welcher nur eine Zertifizierung von IP54 aufweist und das Find X5 somit vor nicht mehr als Spritzwasser schützt. Es misst 6,55 Zoll, wird geschützt durch Gorilla Glass Victus und besitzt eine in 99,9% der Fälle ausreichende Full-HD-Plus-Auflösung sowie eine daraus resultierende PPI von 402. Ich mag dieses Display unfassbar gerne. Gerade auch die hohen Kontraste durch OLED und die Farbtiefe von 10 Bit haben es immer wieder zu einem Augenschmaus gemacht, Inhalte auf diesem zu konsumieren und untermalt wird das Display-Erlebnis durch abgerundete Kanten sowie dünne Displayränder. Fehlt also nur noch eine hohe Bildwiederholrate, die alles perfekt abrundet und wie es der Zufall so will, besitzt das Find X5 solch eine. Sodass sich dank ganzen 120 Hz jedes Wischen und Tippen unfassbar flüssig und direkt anfühlt. Leider ist aber trotzdem nicht alles perfekt. Denn zum einen muss man hier auf eine LTPO-Technik verzichten, die gerade den Akku um einiges schonen würde und die maximale Helligkeit von 1000 Nits hätte ruhig etwas höher sein können. Der verbaute Fingerabdrucksensor unter dem Display gehört zur Kategorie der optischen Sensoren und macht seinen Job wirklich gut. Er ist schnell, zuverlässig und wurde mit der Zeit auch noch ein Stückchen besser. Zumindest war das meine Auffassung. Nichtsdestotrotz ist es für mich nicht ganz verständlich, wieso man immer noch so viel auf optische Sensoren setzt, wenn es mittlerweile auch sehr viele gute Ultraschallsensoren gibt. Auf dem Papier macht natürlich das normale Find X5 im Vergleich zum Pro-Modell ein paar Abstriche, weil es in Anführungsstrichen nur mit dem älteren Snapdragon 888 und nicht dem neuen 8-Gen-1 daherkommt, sowie 4 GB RAM weniger, also 8 GB besitzt. Ich habe aber ganz bewusst in Anführungsstrichen gesprochen, denn die Performance ist auch durch den etwas älteren Prozessor auf einem sehr hohen Niveau, was sich wirklich in jeder Situation zeigt. Ruckler gab es wirklich nie, Apps öffnen sich schnell, bleiben lange im Hintergrund geöffnet und Framedrops gehörten kein einziges Mal zur Tagesordnung. Im Grunde läuft also alles so, wie man es von einem 1.000 Euro Smartphone erwarten würde. Und der interne Speicher, welcher 256 GB beträgt, gehört auch zu denen mit UFS 3.1. Oppo sitzt auch bei dem Find X5 auf seine eigens angepasste Oberfläche in Kombination mit der neuesten Version von Android, Android 12. Sie hört auf den Namen ColorOS und ich persönlich mag sie unfassbar gerne und das aus den verschiedensten Gründen. Zum einen wäre da die minimalistische und doch verspielte Optik mit vielen Anpassungsmöglichkeiten und nützlichen Features und zum anderen sind es vor allem die Kleinigkeiten, die die Software so genial machen. Beispiele hierfür wären die wohl mit Abstand schönsten vorinstallierten Hintergrundbilder, die es bei einem Smartphone gibt und das angenehm haptische Feedback, was man verteilt über die ganze Software während der Bedienung bekommt. Gerade das sanfte Tippen in die Handflächen, wenn man beim Scrollen am Ende einer Liste angelangt ist, macht das ganze Bedienerlebnis so viel spannender und wird mit der Zeit irgendwie selbstverständlich. Erst wenn man dann zu einem Smartphone wechselt, welches dieses Feedback nicht gibt, merkt man, was man vermisst. Ebenfalls positiv aufgefallen ist mir, dass Oppo mit der Find X5 Reihe scheinbar in Apps wie Snapchat oder Instagram endlich auf die volle Kameraqualität zugreift, was auch neuerdings Samsung bei ihren S22 Modellen tut. Trotz all diesen positiven Punkten gibt es aber zwei Dinge, die mich stören. Zum einen habe ich die Beobachtung gemacht, dass sich die Farben im Hintergrundbild teilweise einfach nicht anpassen, wie es mit Android 12 eigentlich üblich ist und zum anderen setzt sich das Startbildschirmlayout wirklich sehr häufig zurück. Gerade letzteres ist auf Dauer echt ein wenig nervig geworden. Aber zum Glück sind das zwei Probleme, die man ganz einfach durch Updates beheben kann, die man bei dem Find X5 für ganze drei Jahre bekommt. Dieser Punkt ist bei Smartphones wahrscheinlich mit einer der spannendsten und bei dem Find X5 ist er sogar sehr spannend, weil es dieselben drei Kameras besitzt, wie auch der Pro Bruder. Außerdem gibt es da auf der Rückseite zwei Schriftzüge, die Hinweise auf eine Softwareseite deutliche Verbesserung der Kamera geben und einer der beiden ist sogar der eines namenhaften Kameraherstellers. Bevor ich hier aber vor Euphorie vom Stuhl falle, lasst uns erstmal darüber sprechen, welche drei Kameras überhaupt verbaut wurden. Zum einen wäre da der 50 Megapixel Haupt, 50 Megapixel Ultraweitwinkel und 13 Megapixel Telesensor mit zweifach optischem, fünffach Hybrid und bis zu 20-fach digitalem Zoom. Ich möchte zuallererst über den Telesensor sprechen, weil er der am wenigsten spektakulärste von allen drei Sensoren ist. Denn es handelt sich hier um den exakt gleichen wie im Vorgänger, welcher schon damals nicht wirklich begeistern konnte. Bis zu fünffacher Vergrößerung sind die Ergebnisse brauchbar, wirken aber immer etwas lustlos. Und schon beim zweifachverlustfreien Zoom fehlt es mir einfach an Dynamik und Schärfe. Sehe ich mir da die Ergebnisse der anderen beiden Sensoren an, bleibe ich viel lieber bei diesen. Vorab wichtig zu erwähnen, sowohl die 50 Megapixel Haupt- sowie Ultraweitwinkel Kamera mit Autofokus besitzen exakt den selben Sensor, so dass auch die Ergebnisse beider Kameras, abgesehen von der Brennweite, optisch vollkommen identisch sind. Nicht nur sehen aber die Bilder, die man mit diesen beiden Kameras schießt, optisch gleich aus, sondern sind auch noch dazu unglaublich schick. Die Farben gehören zu den wahrscheinlich akkuratesten, die ich je bei einer Smartphone-Kamera gesehen habe, die Schärfe sowie Dynamik lässt auch nicht zu wünschen übrig und bei schlechten Lichtverhältnissen, ja, da ist es dasselbe Spiel. Kaum Rauschen, viele Details und sehr natürliche Farben. Als ich die ersten Bilder mit dem Oppo Find X5 geschossen habe, war ich wirklich überrascht, wie gut die Ergebnisse sind und konnte dann wirklich nicht mehr aufhören, mit dem X5 Fotos zu machen. Kommen wir jetzt aber mal zu den zwei vorhin erwähnten Schriftzügen auf der Rückseite. Angefangen mit dem, welcher platziert zwischen der Haupt- und Ultraweitwinkelkamera ist. Dieser weist auf nichts anderes hin, als auf Oppos eigenen Bildprozessor, welcher auf den Namen Mari Silicon Heard. Er sorgt für eine deutlich höhere Datenverarbeitung, sodass der Dynamikumfang verbessert und Ladezeiten sowie Rauschen reduziert werden. Der zweite Schriftzug im Bunde weist auf keinen anderen Kamerahersteller als Hasselblatt hin. Wie schon bei OnePlus arbeiten sie jetzt auch mit Oppo zusammen und sind erst einmal für die Farbbearbeitung bzw. Wiedergabe der einzelnen Bilder zuständig. Den Einfluss der beiden softwareseitigen Verbesserungen merkt man sowas von und es freut mich unheimlich zu sehen, wie gut sich die Kamera des Oppo Find X5 schlägt. Für mich ist es eine der, wenn nicht sogar die aktuell beste Smartphone-Kamera auf dem Markt. Videos können in 4K bis zu 60fps aufgenommen werden und auch hier greift der Mari Silicon, sodass die Videos sowohl in guten als auch schlechten Lichtverhältnissen in Punkte Dynamik, Farben und Rauschen deutlich verbessert werden. 4800mAh sind eine Akkukapazität, die vollkommen in Ordnung geht und sich auch im Vergleich zum ProBruder gerade einmal nur um 200mAh weniger unterscheidet. Ohne Probleme kam ich immer durch einen Tag und das mit Screen-On-Time-Werten, die zwischen 3,5 und 5 Stunden lagen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nochmal um einiges mehr drin gewesen wäre, wenn man auch bei dem Find X5 auf eine LTPO-Technik gesetzt hätte. Aber auch so empfinde ich die Akkulaufzeit als vollkommen in Ordnung. Aufgeladen wird dann über Kabel und dem Superwook-Netzteil mit 80 Watt. Hier habe ich aber eine interessante Beobachtung gemacht. Man mag jetzt meinen, dass das neue 80 Watt-Netzteil im Vergleich zum 65 Watt-Netzteil des Vorgängers das Find X5 schneller auflädt. Allerdings entspricht das nur der halben Wahrheit. Denn nur die ersten 50% laden ein paar Minuten schneller auf und die restlichen 50% brauchen dann etwas länger, sodass man auch erst in 34 Minuten bei 100% ankommt, genauso wie auch mit dem Superwook 65-Netzteil. Wireless-Charging ist auch mit an Bord und bis zu 30 Watt möglich. Wer beispielsweise seine Indie-Kopfhörer unterwegs aufladen muss, kann das auch tun, dank Reverse-Wireless-Charging. Wisst ihr, ich mag das Oppo Find X5 unglaublich gerne. Und man merkt auch an so vielen Ecken und Kanten, dass Oppo mit diesem Smartphone ein Gerät auf den Markt bringen wollte, was einem rundum Spaß macht, es zu nutzen. Und das ohne große Störfaktoren. Ich meine klar, es gibt natürlich nach wie vor auch bei dem Find X5 ein paar Kleinigkeiten, die besser sein könnten, wie zum Beispiel ein neuerer Prozessor, auch wenn der Verbaute nach wie vor für eine sehr gute Performance sorgt oder das verschenkte Potenzial bei der Telekamera. Aber es ist eben das Gesamtpaket, was dieses Smartphone so interessant macht. Ob der Preis von 999 Euro gerechtfertigt ist, das ist aber natürlich wieder ein anderes Thema. Wenn man sich aber im Vergleich das Find X5 Pro anzieht, zu welchem ich auch noch ein Video plane, dann scheint es schon auf dem Papier so, als wäre das normale X5 der vielleicht bessere Deal. Denn beim Pro-Modell zahlt man satte 300 Euro mehr, bekommt aber nicht den Mehrwert, den man erwartet, wenn man solch einen Aufpreis zahlt. Auch wenn dann hier der aktuell neueste Prozessor von Snapdragon verbaut ist, einem ein etwas besseres Display entgegenstrahlt und die Akkulaufzeit ein wenig ausdauernder ist. See you!